Der VTEC 2N1 Touch Laptop. Der VTEC Laptop, geeignet für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, ist als Lernhilfe und Spielgerät konzipiert, der sowohl als Laptop als auch als Tablet genutzt werden kann. Mit einer kinderfreundlichen Tastatur, die 26 Buchstaben und zehn Zahlen umfasst und einem beleuchteten LC-Display, bietet dieses Gerät eine entsprechende Lernerfahrung. Ausgestattet mit drei AA-Batterien unterstützt es das spielerische Lernen durch interaktive Begleiter, die Hündchen Violet und Scout, welche die Kinder durch verschiedene Lern- und Spielaktivitäten führen. Die Nutzung des Geräts fördert nicht nur den Spaß am Lernen, sondern auch die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder, da sie durch das Aufklappen zum Laptop oder das Zusammenklappen zum Tablet ihre Geschicklichkeit trainieren. Zusätzlich zur Spielvielfalt sind auf dem Lerncomputer auch Personalisierungsoptionen verfügbar, sodass der Name des Kindes beim Einschalten angezeigt wird. Mit zehn spezifischen Lernspielen, die von Alphabetisierung bis zum Zahlenverständnis reichen und 13 Melodien sowie zwei Liedern zur musikalischen Unterhaltung, wird eine umfassende Bildungserfahrung geboten. Auch Sicherheitsfeatures wie die automatische Abschaltung nach Inaktivität und eine anpassbare Lautstärke sind integriert, um den Gebrauch des Lerncomputers optimal zu gestalten. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.